Schauen wir uns noch einmal Daniela's Konsumverhalten an. Als Reaktion auf die Verdoppelung des Popcornpreises reduziert sie ihren Popcornkonsum um 13,25 Tüten, kauft dafür aber 5 Schokoriegel mehr. Das entspricht genau der erwarteten Richtung des Substitutionseffektes. Das verteuerte Gut wird gegen das relativ billiger gewordene Gut, also die Schokolade, ausgetauscht. Das Ausmaß dieser Substitution wird aber durch den Einkommenseffekt verzerrt. Um den reinen Substitutionseffekt zu bestimmen, machen wir deshalb mit Daniela einen Test. Daniela fühlt sich nach der Preiserhöhung schlechter, denn ihre Konsummöglichkeiten sind durch den Rückgang der Kaufkraft des Budgets geschrumpft, sodass sie nur noch eine niedriger gelegene Indifferenzkurve erreichen kann. Wir geben Daniela nun genau so viele zusätzliche Euro für ihr Budget, dass sie bei optimaler Anpassung an die neue Preisrelation wieder den gleichen Nutzen wie in der Ausgangssituation A verspürt. Das entspricht einer Verschiebung der neuen Budgetlinie nach oben, solange bis diese einen Tangentialpunkt an der alten Indifferenzkurve hat. Dies ist bei der Kombination C der Fall, also bei 13,33 Tüten Popcorn und 22,5 Schokoriegeln. Um sich diese Kombination leisten zu können, benötigt Daniela 13,33 mal 3 Euro plus 22,5 mal 2 Euro, also insgesamt 85 Euro. Da sie ursprünglich nur über 60 Euro verfügt, müssen wir ihr also 25 Euro zusätzlich geben, damit sie sich nach der Preiserhöhung von Popcorn wieder genauso gut fühlen kann wie zuvor. Damit ist der reine Substitutionseffekt erkennbar. Er entspricht der Veränderung des Konsums von A nach C. Reduziert Daniela ihren Popcornkonsum um 6,25 Tüten und erhöht gleichzeitig ihren Schokoladenkonsum um 7,5 Riegel. So hat sie sich ausschließlich an die neue Preisrelation angepasst, ohne dass sie das Gefühl hat, ärmer geworden zu sein. Nun testen wir Danielas ausschließliche Reaktion auf die Reduktion der Kaufkraft. Wir nehmen ihr dazu, gemeinerweise die 25 Euro wieder weg, die sie zuvor zum Ausgleich bekommen hatte. Die neue Preisrelation bleibt erhalten. Ihr Konsum würde sich von C nach B ändern. Sie fragt dabei 6,25 Tüten Popcorn weniger nach. Aber auch 2,5 Schokoriegel werden weniger genascht. Allein aufgrund der mit der Preiserhöhung verbundenen Schmälerung des realen Einkommens ist sie bereit, von beiden Gütern weniger nachzufragen. Die Summe beider Effekte ergibt die Nachfragereaktion, die sich dann tatsächlich bei der Kaufentscheidung offenbart. Nach unserer Analyse erkennt man, bei Popcorn, dem Gut, dessen Preis in Euro sich verteuerte, verstärkt der Einkommenseffekt den Substitutionseffekt, sodass es zu einem deutlichen Nachfragerückgang kommt. Bei den Schokoriegeln verlaufen Einkommenseffekt und Substitutionseffekt gegenläufig. Dadurch fällt der Gesamteffekt niedriger als der Substitutionseffekt aus. Die Schokoriegeln Die Schokoriegeln Die Schokoriegeln Die Schokoriegeln Die Schokoriegeln